Heute zeige ich Ihnen unsere WLAN-Schalz. Wie kann man durch iPhone mit WLAN-Schalz verbinden. Zuerst machen wir dann diese App ein und dann wir klicken diese hinzufügen Plus-Zeichen und dann wir klicken und schauen hier. Und jetzt werden wir ruhigen diesen neuen Test für 6 Sekunden. Jetzt können Sie hier prinzen sehr schnell. Jetzt gehen wir die Einstellung vom iPad und dann werden wir suchen diese ITEAD und dann werden wir klicken Verbindung. Und dann diese Passwort ITEAD ist 1 bis 8 und dann wir gehen noch einmal diese ewigen Software. Und dann wir klicken diese Next und dann wir klicken weiter. Und dann jetzt sollen wir unsere normale WLAN-Passwort hinzufügen. Und dann erst machen diese Software mit WLAN-Schalz die Kopplung. Normalerweise dauern sie 20 Sekunden bis 30 Sekunden. Unser WLAN-Schalz hat keinen Begrenzungsbereich weit. Das heißt, Sie können durch Ihre Handys diese Gehärze nicht remote steuern. Jetzt nennen wir diese Gehärze nicht schalz. Das ist die zweite Klage. Wir klicken aus, ein, aus, ein, aus. Diese WLAN-Schalz hat auch Verzügerungszeit. Schauen wir mal her. Wir können auch diese Timers hinzufügen. Jetzt ist 5 Uhr 6 und fertig. Wir können gewünschte Zeit einstellen. Oder Verzügerungszeit. 1 Minute oder 5 Tage ist egal. Es ist schon fertig. Diese WLAN-Schalz hat keine Begrenzungsbereich weit. Das heißt, Sie können durch Ihre Handys über 2G und diese Nicht-Schalz einstellen. Fertig. Zähle jetzt so. 2 Minute.